Musik Moin Moin, hallo und herzlich willkommen hier in der Geldschau beim Buchtipp. Was habe ich heute für dich vorbereitet? Und zwar ein ganz sehr, sehr spannendes Buch, ein absoluter Praxisratgeber. Den habe ich vor wenigen Tagen von Florian Schöhl auf einer großen Veranstaltung in Frankfurt geschenkt bekommen. Hat er mir praktisch gekauft. Und dazu dachte ich mal als kleines Dankeschön, ich zeige es hier mal. Das ist Erfolgbarmachen, kann man es gut sehen, so in etwa. Ja, was ist an diesem Buch so toll? Also es geht natürlich um Internet, es geht um Internetmarketing. Und Florian hat mir mit diesem Buch, was ich an zwei längeren Badewannenabenden verschlungen habe. Und mit dem ich also auch gearbeitet habe, wie man hier sieht. Also jede Menge Zettel und viel mit dem Textmarker gearbeitet. Also, was ich sehr, sehr spannend fand, war eigentlich sein Zitat. Egal wie weit wir die Webseite in unseren eigenen Augen noch verbessern möchten. Die Seite wird nie perfekt sein. Ja, solange wir uns nicht schnellstmöglich die Meinung unserer Kunden einholen. Alles andere ist Bauchgefühl und digitale Selbstbefriedigung. Sehr cool. Und beides hat keinen Platz in einem profitablen Online-Business. Das fand ich schon mal erstmal super cool, super interessant. Obwohl es ja für mich zumindest eine verhältnismäßig trockene Materie ist. Wie soll ich sagen, ich habe mich auch lange genug geweigert, da entsprechend was zu machen. Der zweite Höhepunkt war hier. Es ist wirklich einfach, schnell zu lesen. Und der zweite Punkt von Florian, den fand ich auch sehr, sehr gut. Da sind wir auch auf einer Wellenlänge. Wir haben uns zwar nur dort fünf Minuten unterhalten, aber er sagte so schön über sich. Ohne Selbstbeweihräucherung kann ich guten Gewissens behaupten, dass 99 Prozent aller Berater da draußen nicht in ihrem Interesse beraten, sondern nur vom eigenen Umsatz getrieben. Dinge empfehlen, die in den wenigsten Fällen ihr tatsächliches Problem lösen werden. Super cool. Das ist auch genau meine Einstellung. Und kann ich nur unterschreiben. Finde ich ganz, ganz klasse. Also da ganz klare Empfehlung, sich an Florian mal zu wenden. So, dann habe ich hier noch etwas ganz Spannendes. Also ich habe nur ein paar Sachen einfach mal rausgegriffen, die mich persönlich angesprochen haben. So, Florian gibt in dem Buch noch eine ganz tolle Empfehlung. Und zwar sagt er einfach, okay, die Webseite als Haken und Lustmacher. Oha, Selbstbefriedigung, Lustmacher. Nein, nein, das ist nichts Schlüpfiges. So, worum geht es? Die Funktionen Ihrer Webseite für Sie als Unternehmer. Welche Funktionen hat Ihre Webseite? Was wollen Sie damit erreichen? Und das finde ich super simpel. Eigentlich sollte es jedem klar sein. Ja, aber er bringt es hier einfach auf den Punkt. Mehr Telefonanrufe. Mehr Eintrage in Ihren Newsletter. Mehr Downloads Ihrer Broschüren. Mehr Kontaktanfragen über ein Formular. Mehr direkte Verkäufe. Also, was willst du mit dieser Seite, mit deiner Seite erreichen? Finde ich total klasse. Ich habe gerade von Freunden, Bekannten wieder neue Webseiten gesehen. Da läuft Musik im Hintergrund, da spielen irgendwelche Bilder ab und was weiß ich. Und ja, ich habe mich nur dafür interessiert, weil es eine Seite eines Kumpels ist. Aber normalerweise hätte ich wahrscheinlich längst weggeklickt. Genialer Tipp. So, und um das ganze Video nicht zu lang zu machen, habe ich hier noch was. Florian schreibt hier, Schritt für Schritt nehmen Sie Änderungen vor und warten die Reaktion Ihrer Besucher anhand der Website-Kennzahlen ab. Also der Statistik. So, die Regelmäßigkeit ist hier der entscheidende Punkt. Am besten eignet sich ein wöchentlicher Rhythmus. Sie müssen diesen Änderungszyklus als einen wöchentlichen Meilenstein in Ihrem Kalender festlegen. Am besten Sie legen dieses Buch kurz zur Seite, nehmen sich Ihren Kalender zur Hand und tragen einen Termin in Ihren Kalender ein. Nennen Sie den Termin Erfolgsproduktion und wiederholen Sie diesen Termin wöchentlich, immer am gleichen Wochentag und zur gleichen Zeit. Super einfach, super simpel, super genial. Florian und auch wir machen wöchentlich, kontrollieren wir Seiten, also wir kontrollieren die YouTube-Seite, meine Website. Aufgrund des bisher übersichtlichen Newsletter-Eintragungen habe ich das selten gemacht, aber steht jetzt im Kalender und werden wir jetzt wöchentlich tun. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ein super Tipp nochmal. So, und du hast am letzten Viertel oder am letzten Fünftel ungefähr deines Buches, hast du noch eine ganz tolle Sache gesagt. Und die will ich mal als Cliffhanger jetzt noch nicht beantworten, damit die Leute auch wirklich dein Buch lesen, damit arbeiten und es anwenden. Du nimmst dazu Bezug, dass bezahlte Werbung viel zu teuer ist. Hm, das hat mich nochmal nachdenklich gemacht. Ich habe vor, naja, das ist schon eine ganze Zeit lang her, ich glaube vor über 20, ja, in etwa, eher 20 plus, habe ich einmal im Monat in der Frankfurter Rundschau eine große dreispaltige Anzeige geschaltet, um Mitarbeiter zu finden. Diese Anzeige hat mich damals 3000 DM, also wenn man das heute in Euro ausdrückt, wären das wahrscheinlich 4.000 bis 5.000 Euro gekostet. Und das Interessante war daran, dass sich diese Anzeige ein Vielfaches bezahlt gemacht hat. Ich habe dadurch in der Regel drei bis fünf Bewerber gehabt, sehr Interessierte, hatte drei Mitarbeiter. Und aus diesen drei Mitarbeitern wurde ein langjährig extrem erfolgreicher Mitarbeiter im Schnitt, also ein neuer Mitarbeiter pro Monat. Und das andere, das Spannende daran war, ich habe daraus mindestens einen neuen Klienten gewonnen. So, aber, jetzt will ich auch nicht zu viel erzählen, lies dieses Buch. Ich sage es nochmal, das ist Erfolgbarmachen, fünf Schritte zur Erstellung deines oder des eigenen Geldflusses. Ich zeige es hier nochmal, hoffentlich jetzt auch nochmal in scharf. Jo, jetzt ist es hoffentlich scharf. Also, absoluter Geheimtipp, super cool, leicht zu lesen und hilft auf jeden Fall beim Erfolg im Internet. Jo, jetzt ist es hoffentlich scharf.